Dann haben wir hier oben aber echt alles rammelvoll mit Gehöften. Wir könnten zu nur noch weiter nach unten gehen, in den Süden. Aber da ist ja nicht unbedingt gesichert. Deswegen lassen wir das lieber erstmal. Hier wären wir fertig. Das Gebäude ist bereit. Die kosten alle Kommandeurspunkte. Ja, 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 schön. Egal, per Helden bauen. Die anderen holen wir dann gleich noch ran. Was ist das hier eigentlich? Dieser graue Punkt. Diese Ork-Hütte oder was? Ork-Zelt. Na, meinetwegen. Können wir da sonst noch irgendwo... Hä? Die Kreise sind ja lustig hier. Das sind wohl zu viele. Zehn Prozent. Also das ist echt ein bisschen wenig. Näh, 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 näh. Lieber da außen noch ein bisschen. Hier so. Wer braucht einen Baumeister? Mit ein Prozent. Näh. Ja, das ist doch egal. Dann ziehen wir nach da unten. Wir erobern das ganze Gebiet. Einfach ganz breit aufstellen. Ja, 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 schön. Du kannst noch nicht reiten. Gut, dass wir eh auch mehr genommen haben am Anfang. Ihr unser Helder natürlich. Näh, näh, näh. Ja, da kann man doch bestimmt gleich noch... ...1.125... ...1.125... Ja, Boromir, komm. Und alles schön aufstellen, genau. Da passt noch ein Sinn. Da passt ein Sinn. Und hier passt noch ein Sinn. Ich weiß, was wir brauchen. Hört mir zu. Haltet die Augen offen. Möge der Ruhmgong... Boromir. Näh, Boromir. Du kommst auch gleich mit. Jetzt haben wir nur noch vier Helden übrig. Das Gebäude hier wäre fertig. Sehr schön. Das Gebäude ist breit. Oh, direkt neben so einem Schacht. Müssen wir wohl bald ein paar... ...Kampftürme daneben aufstellen. Vor allem, wenn da dein kommt. Nein, das darf man nicht. 500. König Theoden, reite in den Krieg. Das ist aber schön für dich. Komm, da. Komm her. Aufsetzen. Und komm her. Ja, ja, ja. Nein, am Sinn ist. Und dann komm mal ran hier. Aber nicht die Gegner besiegen. Dunkelheit, verschränkt mich. Das muss noch nicht sein. Der hält auch nichts aus, oder? Unsere Koffen werden angegriffen. Ich warne euch. Wehe, ihr besiegt die jetzt. Wie gesagt, das muss nicht sein. Wir können schließlich eine gemeinsame Lösung finden. Ah, schnell, meine Freunde. So, zurück, zurück. Wiederbeleben. Bauen. Rekrutieren. Was auch immer. Wo können wir denn noch bauen, ist die bessere Frage. Das geht hier nicht. Machen wir uns an die Arbeit. Wir haben viel zu tun. Ein guter Bauplatz. Werkzeug bereit. Also, alles mit Kampfzirmen vollstellen, will ich ja auch nicht unbedingt. Schadet aber auch nichts. So, dann stellt euch mal schön breit da auf. So. Gut, habe ich jetzt nicht mehr gesehen, wie das aussieht dann am Ende, aber... Wir müssen das Übel aus unserem Land jagen. Das dauert nicht lange. Schauen wir mal. An die Arbeit, Männer. Wir müssen uns beartwärtig. Werkzeug bereit. Ähm... Lasst uns Orts jagen. Reiten. Wir haben angegriffen. Menschen, der Rinder waren. Und nach unten. Haltet die Augen offen. Wir müssen diesen Übel toten. Da greifen sie ja schon fröhlich an. Gut. Beziehungsweise verteidigen fröhlich. Oh, das war nicht so ganz gut platziert. Ich dachte, die laufen noch weiter. Na, aber hat schon ganz gut getroffen. Trotz alledem. Kannst du reparieren? Nee, natürlich nicht. Oder... Flammen ersticken, das... Ja, gut. Das zählte wohl nicht so direkt als Flamme. Obwohl es ja eigentlich schon eine heiße Flamme ist. Der kleine da. Äh... Hier. Ein guter Bauplatz. An die Arbeit, Männer. Wammer. Den Gürtel. Hier. Mach da noch einen. Was soll ich bauen? Und... Da noch einen. Ich weiß, was wir brauchen. Die ziehen sich wieder zurück. Gut. Was ist es? Stell das mal wieder auf. Also Kommandospunkte kriegen wir wirklich keine mehr. Hier wären wir fertig. Sie sind hier. Aber... Ich fürchte, wir werden... In Deckung, Männer. Rohstoffe müssen die Gehöfte ja trotzdem produzieren. Wenn die nicht gerade... Total am Arsch sind. Wer braucht einen Baumeister? Um das mal so zu sagen. Das Gebäude ist fertig. Da unten knallst noch einen hin. Wir müssen noch besser auf finden. Wo sollen wir bauen? Zu den anderen Gehöften noch immer einen. Ähm... Das hat einen. Da ist einer. Da ist einer. Das geht hier nicht lange. So, das müsste dann auch reichen für Aragorn, oder? Genau. Mensch, ich wollte doch nicht... Ich wollte dich auswählen. Ich zieh dich zurück. Dummerchen. Ja, 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 ja. Schön. Hier oben waren noch... Ja gut, da reicht noch einer in der Mitte. Und... Ja. Du kriegst noch einen. Wer braucht einen Baumeister? Ich glaube niemand. Wir können da... Das Gebäude hier wäre fertig. Los an die Arbeit. Auch eine Mauer reinziehen. Alter. Weiter, weiter. Du sollst einfach zurückrennen. Was ist daran so schwierig? Unsere Krippen werden angegriffen. Kurve mir. Ron Gondos kann uns ja nicht einsetzen. Ah, Gott. Die stellen sich manchmal so blöd an. Nein, Jungs. Lasst sie in Ruhe. Ihr sollt eigentlich nur verteidigen. Mehr nicht. Ist euch klar, oder? Ja, hör auf zu blinken. Das Gebäude ist bereit. Ich weiß. Deswegen habe ich es auch... Nein, nee. Deswegen habe ich es gebaut, genau. Ah, wir könnten hier unten noch ein paar Brunnen bauen eigentlich. Ich weiß, was wir brauchen. Werkzeug bereit. Die müssten ja heilen. Nach den Baupferd frei. Wir brauchen einen Baumeister. Wo sind die? Da. So. Wir müssen ein besseres Haus. Ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir werden dieses Land schützen. Ja, auf Dings. Auf Truppen wieder investieren können. Aber irgendwie... Passiert nicht das, was ich haben wollte. Ja, dann... Klatschen wir uns da halt einfach auch noch so einen kleinen Stützpunkt hin. Was soll's? Da. Genau. Aber wo wir die ganzen Sachen da oben natürlich schon auf Dings auf Rang 3 haben. Das ist natürlich etwas blöd, aber meinetwegen... Ja, Gandalf kannst du auch direkt mal hier runterlatschen. Oha. Da kommen jetzt aber ein paar. Dann könnte der mal... Geschwind verteidigen. Was haben wir denn noch? Waffenschmiede. Einen Marktplatz eventuell noch. Kostet 1.500. Ja, 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 ja. Dann renn halt weg. Aber auf kein... Auf keinen Fall... Die Festung kaputt hauen. Weil ich will ja eigentlich was ausprobieren. Fällt mir gerade wieder ein. Hauptsache, die leveln gerade schön. Nein, 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 nein. Theodin. Sie kommen von überall. So. Ruhe, Rimm. Wanderbogen schützen. Waldläufe. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Hm. Was wäre... Waldläufer! Nee, 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 nee. Irgendwie die Festung in eine unserer Mauern reinkriegen. Du darfst unsere Einheiten da nicht mal angreifen. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Weil die macht die dann eh kaputt irgendwann. Das muss ja nicht sein. Ich wollte ja eigentlich auch ursprünglich einen Marktplatz bauen. Oh Gott. Jetzt habe ich die Formatierung wieder aufgelöst. Nein, ich werde ihm sicher keinen Tribut schicken. Aber wir haben hier die Hälfte der Karte... ...die ganze Zeit in unserem Sichtfeld. Ah, wir sind die ganze Karte vorhin eigentlich schon abgeritten, oder? Müssen wir uns doch... Müssen wir noch weiter expandieren. Müssen wir aber noch ein paar... Noch ein paar Türme überall hinklatschen. Falls sie in Angriff starten sollten... Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein! Verdammt! Vorhin sind sie nicht gelaufen und jetzt auf einmal... Also falls sie in Angriff starten sollten, eben... Dass die dann... Dass die dann... Dings und so, dass die dann halt da nicht durchkommen. Also... Sieh ... ... ... Wie! Wie? 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 Vielen Dank.